Und weiter geht's bei Let's Play Zone of Siena's The Fist of Mars Ja, das letzte Mal haben wir hier angefangen Beziehungsweise, nein, hier aufgehört Ähm... Ich werde genauso verfallen wie das letzte Mal Also ich habe jetzt eine Testaufnahme nicht Ich habe eher schon mal versucht aufzunehmen und das ging eher in die Hose Von daher werde ich jetzt hier genauso wie das letzte Mal verfahren Ich werde meine Einheiten hier aufstellen Und dann werde ich einfach in den Kampf rüber gehen Das Ziel ist entweder alle Gegner zu vernichten Oder... Hier... Zehn Runden auszuhalten Von daher sollte es kein so großes Problem werden So Weil ich mich nur... Ah, verdammt Ich wollte jetzt eigentlich einen kritischen Treffer machen Damit Na, ne, sie kann auch angreifen Sehr schön Gut, ähm... Dann kann ich so ein bisschen die Erfahrungspunkte noch so ein bisschen verteilen Oder hat sie weniger... Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht Zurück in die Luft Sie hat Level 12 Und ich glaube... Ja, sie hat Level 12 Von daher machen wir das mal so Wir greifen doch den hier an Mit der Attacke Damit sie hier nämlich das Level-Up bekommt So... Du greifst dann... Den an Und ich hoffe... Ja... Das letzte Mal konnte ich den nämlich nicht angreifen Mit Phil Und... Bang Batz Oh, Stun! Das ist natürlich jetzt eine... Interessante Sache Stun ist, glaube ich, ähm... Ich weiß gar nicht, ob er dann nicht mehr angreifen kann Oder, ähm... Ob er dann nicht mehr... Handlungsfähig ist Oder einfach nur nicht weiterlaufen kann So, Warren übernimmt mal die Naja, jetzt habe ich ihn natürlich ein bisschen verzogen Also wichtig ist es einfach nur, dass der Edge nicht angegriffen wird Deswegen gehe ich auch so ziemlich in den Angriff Über Dein Laser Blade kann mich überhaupt nicht treffen Dein Laser Blade kann mich überhaupt nicht treffen Tralalalalalalalalalalala Okay, du hättest auch locker leicht gegen... Phil Bright zwar einen Schlag absetzen können, aber... Wenn du meinst... Ach, der Biesack... Der Biesack kann auch nichts Schlimmer... Äh, später wird es sowieso schlimmer Ähm... Apropopo später... Ähm... Es gibt übrigens insgesamt... Fünfundzwanzig, ähm... Scenes Also je nachdem wie man spielt, kriegt man bis zu 25 Ähm... Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich gespielt habe Ob ich immer nur 24 oder 25 hatte Müsste ich mal nachgucken Was ich euch sagen kann ist, ich habe... Den Save-State glaube ich sogar noch Ähm... Wenn ihr wollt, kann ich es dann... Auch ganz gerne zeigen Also das wäre für mich jetzt nicht das Problem... Da mal eben... Na super... Einmal... Na super zu machen und... Ähm... Den Save-State auch... Mal zu zeigen... Ja, reicht noch! Dankeschön! Jetzt bloß keinen Müll bauen und keinen... Dings bauen Denn der hat jetzt nämlich nur 45 Oh mein Gott! Ein Luftschrift! Ja... Da hat es ihn doch glatt umgehauen Mhm, nuh, 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 nuh... Ich glaube ich hätte kritisch machen sollen Den Burnstormer kann ich noch nicht einsetzen Äh... Ja... Doch, ich hätte kritisch machen sollen Egal Ich muss es eben halt versuchen, so mal kritisch hinzukriegen, was ich nicht hinkriege. Na, top 10 Upgrade. Sehr schön. Damit hat jeder mindestens Level 13. Warf ich jetzt mal? Jep. Warren. Mein guter Warren. Apropos, was ich bis jetzt noch nicht nachgeguckt habe, ist, gibt es... Ja, gibt es natürlich. Ähm. Da tolt einfach mal Dings ab, der Warren. War mir klar, dass du mich angreist. Das war auch von dir aus klar, dass du den angreist. So. Du wanderst da hin. Wie lange durfte ich da ungefähr hin brauchen? Nee. Super, kann ich nicht anzeigen lassen. Hm. Ja, verniste du die mal. Mit einem Green-Tisch. So. Du hast noch voller HP. Aber bald nicht mehr. Ich denke mal, den kriege ich sogar in dieser Runde platt. Hätte ich doch mal vorher kritisch machen können. Missile. Das wird jetzt nicht mehr. Ich denke mal. Ich denke mal. Ich denke mal. Das wird jetzt nun richtig nice. Hm. Was natürlich nicht wird. Zum einen bist du vernichtet. Und zum anderen. Du. Nöp, 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 nöp. Ich denke mal. Ich denke dich ist so Used zu пож bringen. Wenn du so verwöhnt. E Bell. wagon. Waffe, encher开始...